Du hast es. Ich sehe manchmal Dinge. Irgendwas war da draußen. Ein Geruch nach etwas Bösem. Lauf, bevor es zu spät für dich ist. Glauben Sie an das Böse? Etwas aus dem Jenseits? Ja. Niemand kann das Böse aufhalten. Man kann nur versuchen, sich davor zu schützen. Ich mache mir Sorgen um Dillen. Wieso? Er ist so anders. Ich will dir etwas zeigen. Es gibt Hinweise auf Bogul in sämtlichen Kulturen. Einige haben geglaubt, er ernährt sich vom Verderben der Unschuld. Das war's. Das war's. Dillen 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 Vielen Dank.